Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Video für euch und zwar wurde ich ja schon öfter drauf angesprochen. Angelus, mach doch mal ein FAQ, ein Frage-Antwort-Video und so weiter und ich dachte jetzt 6000 Abonnenten vor ein paar Tagen erreicht. Vielen, vielen Dank Leute und ja, das mache ich jetzt so ein kleines Special draus. Ihr könnt mir Fragen stellen, ich werde sie dann in einem separaten Video noch beantworten dann, werde ich das denke ich ja dann auch mit einer Kamera aufnehmen und so weiter. Und ja, benutzt jetzt dieses Video hier, schreibt unten in die Kommentare eure Fragen rein, alles was euch so interessiert. Ich werde mir dann mal die Fragen durchlesen und werde mir dann ein paar raussuchen, die ich dann beantworten werde. Und ja, wie gesagt, hier unter das Video in die Kommentare alles rein und Hashtag Moin Angelus, denke ich mal so, kann man machen. Man muss auch ein bisschen gucken, dass ein Hashtag noch nicht vorhanden ist von jemand anderes oder so und ich denke mal Hashtag Moin Angelus, das verlinke ich euch auch nochmal. Benutzt das für eure Fragen, vielleicht auch auf Twitter oder sonst wo oder auch hier unter das Video, wo ihr möchtet. Und dann finde ich das auf jeden Fall wegen diesem Hashtag. Also, ich habe Lust drauf mal jetzt so ein Video zu machen. Also wie gesagt, schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann gibt es dann in ein paar Tagen oder vielleicht in der Woche, ich lasse das mal eine Woche durchlaufen und schaue mal wie viele Fragen sich da ansammeln. Und dann werde ich nächste Woche dann das Antwortvideo dazu machen mit Kamera und so weiter und werde euch dann ja da die Sachen beantworten. Also, wenn ihr Lust habt, eure Frage unten rein, ich lese mir das auf jeden Fall durch und dann sage ich mal bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao, haut rein. Tschüss.